hallo leute ich sehe gerade wieder jede menge leute zu ja ja willkommen ganz einfach ja wir haben uns wieder etwas neues ausgedacht neu nicht so wir hatten das schon mal angekündigt haben ein set und so ja um was geht es um dieses set im moment ist es noch original verpackt mit den platt tiefsiegeln und so ja das ist schon ein paar tage älter ja das ist die waldpolizei 1267 teile und ab fünf jahre sollte man das zusammen klemmen können wir machen euch das erstmal ein bisschen schmackhaft nein wir verkaufen das nicht so hier hinten haben wir die rücke ansicht auch wirklich da mal ein paar einblicke was da drin los ist der wald gehört nicht dazu sondern nur das set hier was ihr seht da mit hubschraubschraub und dem boot und dann ist natürlich auch noch ein fahrzeug dabei ja was machen wir damit wir würden das gerne an leute versenden die es aufbauen dann wieder abbauen es muss nicht bauschrittweise zurück gebaut werden sondern einfach schön gemütlich wieder zurückbauen und was wird dann damit gemacht nein es wird nicht an den anderen geschickt ihr schickt es zu uns zurück genau das ding wird auf reisen gehen und zwar machen lustigen namen ausgedacht beziehungsweise drüben torte klemm so dann wollen wir ganz von vorne anfangen ihr wisst um welches set es geht da ist zum beispiel überall noch jede menge platz der ungenutzt ist also nicht einfach mittendrin rein das macht man nicht sondern man kann schön hier oben hier werden wir anfangen dann kann man hier hin dann hier auf dem see da überall kann man dann noch ein bisschen was reinschreiben was sollte man da reinschreiben eure eigene unterschrift genau wenn ihr youtube kanal besitzt dann kanal xyz oder mein bricht ist runter gefallen jedenfalls irgendwas wo man erkennen kann halt das ist der ihr müsst also nicht euren original namen reinschreiben das wollen wir auch nicht deswegen wird das set auch immer wieder zu uns zurück geschickt wir sind die einzigen die euren namen haben und eure adresse genau es kann also jeder unserer zuschauer mitmachen so das ding wird zugeschickt aber halt datum habt ihr sieben tage zeit das teil aufzubauen und wieder abzubauen entweder ein kleines video darüber zu machen oder fotos ihr müsst euch nicht selber zeigen so wie ich es jetzt zum beispiel immer wieder macht dafür habe ich aber dann auch in den hauls immer mein gesicht habe da kein problem mit mein gesicht zu zeigen gibt ja leute die bleibt jedem selbst überlassen ja genau und habe ich verständnis für akzeptiere ich aus unseren videos und unseren nach streams wisst ihr auch dass wir da rigoros vorgehen und sagen wer nicht will der hat und der hat ist satt braucht nicht ist aber trotzdem gerne gesehen bei uns auf jeden fall ja wir freuen uns über jeden so wie gesagt nach sieben tagen dann wieder einpacken in den karton und wieder an uns zurückschicken genau das einzige was auf euch zukommt ist eben halt der rückversand den solltet ihr dann schon bezahlen denn wir schicken es an den nächsten damit niemand die adressen oder die namen von irgendjemanden anderen erfährt wir wollen da ziemlich anonym bleiben und euch und unsere zuschauer schützen denn immer wieder hört man von ja ich werde belästigt und so weiter und sofort das wollen wir nicht wir sind ein kleiner feiner kanal mit sehr vielen tollen zuschauern oh ja haben wir da in der mittlerweile einen dabei der da irgendwie oder eine die da irgendwie aus tickt nähe gar nichts nicht dass ich wüsste ne 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 ja ihr hört's klär wie bestätigt danke ja dass das ist eine tolle gemeinde seit ist ja herrlich ich finde es herrlich ja wie gesagt die anzahl ist 12 leute erst mal wenn die unterschriften dann alle drauf sind und das ist wieder bei uns gelandet und dann legen wir das in ein regal und wenn das gut ankommt dann werden wir noch zwei sets auf reisen schicken so dass es drei sets sind und die werden wir dann für einen guten zweck versteigern genau versteigern verkaufen was auch immer irgendwas irgendwas in der welt reinkommt das geld reinkommt wir werden drei objekte werden wir uns raussuchen und die werden wir dann mit euch abstimmen genau mit allen zuschauern mit allen abonnenten ob abonnent oder nur zuschauer das ist uns egal ihr werdet alle abstimmen können wer das dann bekommt und ja eins kann ich jetzt schon sagen einer von unseren örtlichen kindergärten der wird auf jeden fall dabei sein ja und dann alles andere können uns ja dann auch mal vorschläge hier und das video schreiben es dauert zwölf mindestens zwölf wochen bis das dann erledigt ist also dreimal zwölf wochen zum set hätte ich noch eine anforderung bitte keine aufkleber aufkleben ja und wenn hier irgendwie verpackungsschwierigkeiten sind bitte benutzt hier so einen transparenten ding zum zubappe ja wir hatten das erlebt gehabt dass da einer hier dieses packpapier da drüber geklebt hat und da habe ich auch gerade die krasse aus war nicht unsere aktion war eine andere aktion aber ich habe mich trotzdem drüber aufgeregt und dann noch über andere unterschriften drüber also das muss ja nur gar nicht sein so das wurde aber dann von vom veranstalter dann ganz leicht gelöst da wird man alles wieder erkennen konnte aber es ist nicht schön ja genau ok ja es wird ein bisschen länger weil es gibt ja einiges zu klären und wer möchte der kann uns entweder unter dieses video schreiben oder eine e mail schicken und dann werden wir hier auslosen wer als erster ist oder festsetzen wer es als erster bekommt und diesen kleinen video film beziehungsweise die bilder hätten wir dann auch gerne einfach per whatsapp oder per e mail hierher schicken genau so ja wenn man da extra rubrik machen wo dann alles rein kann genau ja und wie gesagt wir veröffentlichen keine adressen und keine original namen von unseren zuschauern so ist es ihr wisst selber bei unseren hauls wir kleben immer alles ab weil ich möchte das nicht ja weil gibt es so viel schild oder wenn man treiben kann und das muss nicht sein und es wird auch von unseren zuschauern von den meisten sehr hoch angerechnet und da freue ich mich drüber also wie gesagt wer mitmachen möchte die erste aktion geht über zwölf wochen also zwölf teilnehmer und wie gesagt ihr müsst es auf eure kosten zu uns zurückschicken dann bis von uns geprüft und geht an den nächsten jawohl auf unsere kosten ja es kostet uns geld aber was soll es das macht uns aber auch spaß genau auf die wir wollen jetzt wenig vorrechnen ist alles okay und wie gesagt unterschreiben e mail schicken oder irgendwas im discord loslassen genau ja aber das ist ein persönlich dann ja unter eurem nicken an ja optimal ihr könnt auch ja nicht neben darunter dann schreiben wenn da jetzt einer so eine kakel schrift hat wie ich ja immer mal davon aus haben frau würde mitmachen würde sie haben vorhin schreiben und vielleicht so dass meine unterschrift ja dann schreibe ich unten drunter lb strich damit jeder weiß das ist meine unterschrift und die wird hier oben prangen und dann daneben direkt von klemmi wir werden es aber nicht aufbauen weil wir schon aufgebaut haben vor tausenden von jahren ja da waren hier vorne noch sauer die sind immer noch da gehen im regal zwei sind vorne zwei sind vor ja wie gesagt ja schreibt uns in die kommentare was ihr von der aktion haltet oder wer mitmachen möchte und dann würde ich sagen das war's für heute und wir warten auf eure reaktionen wünschen euch einen schönen tag und verabschieden uns mit wir sehen uns im nächsten video ich freue mich schon tierisch auf die aktion ja